Anfang der 90er Jahre kam Andrea Jürgens mit dieser heißen Lambada Nummer daher. Und die liebe Andrea ist ja aus der Schlagerszene überhaupt nicht mehr wegzudenken, obwohl sie sich in den vergangenen Jahren so ein bisschen zurückgezogen hat. Aber jetzt ist sie wieder da mit einem brandneuen Album, das da heißt Millionen von Sternen. Und ich bin total glücklich, dass sie bei mir ist. Ja, ich freue mich natürlich auch. Hallo, liebe Andrea. Ich war damals sechs süße Jahre jung, als du mit deinen zehn Jahren schon auf der Bühne ein gefeierter Kinderstar warst. Und dabei liebe ich euch beide gesungen. Richtig, 1977, ja. Zehn Jahre, wenn ich jetzt mal so rechne, da ist doch gerade der Schulwechsel steht da bevor oder Grundschule, es geht dann weiter. Wie war es für dich in der Schule? War das dann eine schwierige Zeit? Eigentlich nicht. Ich meine, ich habe zu der Zeit keine Live-Auftritte gemacht. Meine Eltern wollten das auch nicht, da sollte erst die Schule vorgehen haben und habe meine Plattenproduktion dann in die Sommerferien oder in die Ferien verlegt. Ach wirklich? Ja. Dann brauchte ich mich in der Schule fehlen. Außer mal mit der Hitparade. Klar, dann musste ich natürlich frei bekommen von der Schule, vom Jugendamt, meine Eltern mussten unterschreiben und das war dann eigentlich so das Einzige. Aber sonst war alles ganz normal. Und deine Freunde haben dich irgendwie anders behandelt oder Freundinnen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben das also wirklich, ich wollte das auch nicht. Ich sagte, Schule war Schule und ich wollte das auch ein bisschen trennen. Okay. Ich musste natürlich von den anderen Kollegen damals natürlich Autogramme mitbringen, das habe ich dann auch gemacht und da waren die natürlich heiß drauf. Sehr zurückblickend gesagt, meinst du, zehn Jahre ist ein bisschen früh oder war das für dich damals okay? Das war okay. Also ich meine, man hätte natürlich nicht gedacht, dass das eben bis jetzt, bis heute so weitergeht. Ich habe gedacht, eine Platte nimmt man auf und das war es dann. Das habe ich natürlich damals nicht ahnen können, aber ich würde es jedem auch total raten, also mir hat es gut getan. Ja, okay. Mittlerweile dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Ja, nächstes Jahr ist es ja eigentlich nächstes Jahr. Ja, klar, ich sage, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, ja. Viel ist passiert. Viel passiert, ja. Rauf, runter, Höhen, Tiefen, alles hat man eigentlich so durchgemacht. Und was das Schöne ist, wir werden jetzt nicht über die Tiefen reden, denn wir reden über die Andrea Jüngs 2016, so wie du hier sitzt. Und du bist mit deinem Brand neuen Album da. Erzähl uns ein bisschen davon. Ja, das heißt, der Millionen von Stern ist ja auch mein Titelsong gewesen, mein Comeback-Song. Und ich glaube, diese LP, die ist ja zeitgemäß, man muss ja mit der Zeit ein bisschen mitgehen, ist natürlich nicht jetzt so wie Mama Lorraine oder Manuel Goodbye. Einfach moderner, von den ganzen Texten her, vom ganzen Sound her, alles sehr modern gemacht und da stehe ich auch zu jedem Titel voll dahinter. Ja. Ja, und deine Fans, wie haben die darauf reagiert? Ja, alle, bis jetzt alle begeistert. Doch, Karin, muss ich wirklich sagen, die haben sich auch wahnsinnig gefreut, dass ich wieder zurückgekommen bin und ja, die waren natürlich heiß auf die CD. Und diese heiße CD, sag ich mal, die hat ja auch sofort den Mega-Erfolg gehabt, ja. Du bist kaum veröffentlicht, war diese CD, war sie schon auf Platz 10 der deutschen Album-Charts, ja. Auch in Österreich ein großer Erfolg. Ja, das habe ich auch gewundert, das war eigentlich noch nie so, dass ich in Österreich da auch mal in die Charts gegangen bin und das war natürlich auch noch ein Mega-Erfolg für mich dann. Und ja, ich sah, obwohl man wenig Fernsehen hatte, ich hatte eigentlich nur den ZDF-Fernsehgarten und dass das trotzdem so ein Erfolg geworden ist. Man kennt dich einfach, ganz ehrlich. Ich meine, du hast uns über all die Jahre begleitet, das ist der absolute Wahnsinn, ich bin total glücklich, dass es dir anscheinend wieder gut geht und du siehst toll aus und ich finde das echt toll. Dankeschön. Ja, 14 Songs sind drauf auf dem neuen Album Millionen von Sternen und einer heißt, das reicht für mehr als eine Nacht. In dem Video. Da sitzt du in der Bahn, siehst einen tollen Kerl, der sieht wirklich gut aus. Ich glaube, liebe Zuschauer, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie so in öffentlichem Verkehrsmittel oder von mir aus auch im Auto irgendwie im Stau stehen und daneben sitzt irgendwie so ein cooler Kerl, was einem da durch den Kopf geht, oder? Ja, wir haben uns auch total super verstanden, wir hatten viel Spaß zusammen bei dem Dreh und er singt ja auch selber, das ist der Matthias Reuder und der hat bei GZSZ mal mitgespielt. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, weil ich mich auch. Und ich gucke die Serie jetzt auch nicht immer regelmäßig, aber da hast du nicht gesehen und wusste das eigentlich auch nicht und wir hatten so viel Spaß und wir haben viel gelacht. Und wenn sehr liebe Zuschauer jetzt keine Ahnung haben, über welchen Kerl wir da reden, dann zeigen wir ihnen jetzt das Video dazu. Wir sind zwei Millionen von Sternen, zwei, die sich ganz, ganz nahe sehen. Halt mich fest, diese Land soll nie enden, weil ich spüre, dass das große Tier beginnt. Das war Millionen von Sternen von Andrea Jürgens und sie ist natürlich immer noch bei mir. Ja, so jetzt noch in diesem Video, das ist schön, das freut mich sehr. In diesem Video war jetzt schon wieder dieser Kerl zu sehen aus, das reicht für mehr als eine Nachfrage. Verdächtig, ne? So, aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, ne? Ja, das ist halt. Da geht doch bestimmt was. Nein, nein. Da geht nichts. Ich sag mir auch, das ist ein tolles Kerlchen, oder? Ja, doch. Also, doch. Ja. Ja, aber nicht schlecht. Wie ist das eigentlich bei so einem Videodreh? Wie funktioniert das? Also, zuerst ist ja der Titel da. Und dann macht man sich Gedanken, okay, wie könnte man die Story in Bilder fassen? Das wird also schon vorher alles so geplant und die Location und wo wir das drehen und wie das gemacht wird. Oder ob ich auf dem Bett liege oder auf dem Stuhl sitze oder stehe oder laufe. Das planen wir vorher alles schon. Und da sind dann ja auch ganz viele Locations, in denen du bist dann mal im Hotel oder andere. Das heißt, du musst also jedes Mal das Lied in der jeweiligen Location irgendwie gefühlt zehnmal singen, bevor das alles im Kasten ist. Ja, so ungefähr. Aber es geht eigentlich ziemlich relativ schnell. Und wenn das dann steht? Das erste Mal, wenn man das fertige Video sieht? Ja, dann war ich jedes Mal natürlich selber drauf gespannt, ne? Und wie das zusammengeschmitten worden ist und was sie da jetzt genommen haben von den ganzen Einstellungen. Da ist man selber schon wirklich total gespannt, ja. Nächstes Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und du gehst aber dieses Jahr auf Tour. Ja, September. Erzähl, was passiert da? Wo bist du denn? Oh, ich darf schon gar nicht dran denken. Es ist eigentlich so das erste Mal, dass ich so lange weg bin. Ich meine, es ist zwar immer nur Freitag, Samstag, Sonntag, aber über so eine längere Zeit geht ja bis nächstes Jahr rein. Und das ist von der Agentur Thomann. Da bin ich mit vielen Kollegen unterwegs. Gigi Andersen ist dabei, Andreas Martin, Christian Anders, Michael Hirte. Also ich bin da jetzt nicht so ganz alleine, Gott sei Dank. Und freue mich da auch riesig drauf. Das heißt, die Termine kann man wo sehen? Bei mir auf Facebook, internetmäßig. Ja, da ist alles drin. Lass uns doch mal ganz kurz über die Szene Déjà-vu sprechen. Das interessiert mich nämlich, weil man ja immer Déjà-vues hat. Also viele Menschen haben Déjà-vu und denken, hä, da war ich doch schon mal oder den Ort kenne ich, obwohl man noch nie im Leben da gewesen ist. Glaubst du daran, dass du schon mal gelebt hast? Hm, schwierig zu sagen. Also ich sag mal, Déjà-vu ist mir eigentlich auch bei einem Kollegen eigentlich nur so aufgefallen. Da musste ich erst mal sowieso mal googeln, was bedeutet das überhaupt. Und deswegen fand ich das irgendwo so toll, einfach diesen Text daraus zu machen. Oder mein Manager hat das ja geschrieben, Déjà-vu. Und mir gefiel das einfach gut. Aber ob ich jetzt schon mal gelebt habe, also da habe ich mir jetzt noch nicht so einen Kopf drüber gemacht. Und angenommen, du würdest noch mal leben. Dann komme ich als Mann zu Hild. Das wäre meine Frage. Warum? Doch, die haben das doch alles ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht. Alle Männer vom Theater. Was? Die Frauen haben doch total leid. Ja, ich benutze gerne Rasierwasser. Also ich bin schon eher nur so ein bisschen. Ein bisschen niedlich. Ja, doch, ich mag immer so die Herren Düfte. Und ich mag immer, ich habe halt immer von meinem Freund immer mein Rasierwasser genommen. Ich mag das lieber so. Aber dann hast du da eine andere Gesangstippe. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also dann so hoch. Dann kommst du als Andreas Jürgens zurück, oder? Ja, genau. Okay, das war ein kurzer Abstecher in die Welt der Vor- oder Nachleben. Aber lass uns über deine aktuelle Single sprechen. Unsere Zeit. Ja. Worum geht's? Ja, das ist also auch ein sehr modernes Lied. Da habe ich auch ein ganz tolles Video von. Haben wir an einem Zirkus gedreht. Und ja, einfach ein Liebeslied. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit, die brauchen wir. Und verliebt sein. Und ich meine, alles dreht sich ja in den ganzen Schlagertexten um Liebe. Und mal mit Kummer, mal mit Schmerz. Aber das ist jetzt einfach... Meine Zeit ist jetzt gekommen. Und das möchte ich auch in dieser CD auch damit so ein bisschen ausdrücken. Und den Clip schauen wir uns jetzt an. Hier auf GuteLaureTV. Andrea. Jetzt klingelt es ja auch noch, hm? Ja. Das ist bestimmt der Typ aus dem Video, oder? Ja, das stimmt. Ganz sicher. Das schauen wir gleich an. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Clip an. Millionen von Sternen, deine aktuelle CD mit. Sie geht ab September auf Deutschland-Tour. Und es gibt noch eine DVD. Schauen Sie einfach auf ihre Augen. Und ich sage vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön. Tschüss. Jetzt herunft наших Radio. Ein bisschen Z Quizw patients brachte. Ho competitive. Manchmal liege ich wach und schaue hinauf. Am Himmel zählt, dort oben, brennt noch recht Unendlichkeit im Raum und Zeit, ob mir so sehn verstand Bin glücklich, dass ich dich auf Erden fand Wir sind frei von Millionen von Sternen Zwei, die sich ganz, ganz nahe sehen Halt mich fest, diese Nacht soll nie enden Weil ich spür, dass das große Ziel beginnt Diesmal soll für dir für immer sein Das Wunschkonzept des Lebens steht für uns Bin für mich dann bei Tag und Nacht Egal, was auch geschieht Komm, halt mich fest Wie schön, dass es dich gibt Wir sind frei von Millionen von Sternen Zwei, die sich ganz, ganz nahe sehen Halt mich fest, diese Nacht soll nie enden Weil ich spür, dass das große Ziel beginnt Wir sind frei von Millionen von Sternen Zwei, die durch jedes Feuer gehen Flieg mit mir durch die Nacht Lass uns träumen Diesen Flug, die nur Liebende verstehen Wir sind frei von Millionen von Sternen Zwei, die durch jedes Feuer gehen Flieg mit mir durch die Nacht Lass uns träumen Diesen Flug, die nur Liebende verstehe Flieg mit mir durch die Nacht Lass uns träumen Halt mich fest, und verteilt doch nie verhebt Flieg mit mir durch die Nacht Lass uns träumen Flieg mit mir durch die Nacht Lass uns träumen